Was unterscheidet eine erfolgreiche von einer erfolglosen Person? Die Einstellung und das Wissen. Große Denker bauten stets auf das vorhandene Wissen der Zeit. Sie entschieden, weiter zu denken. Jedoch nicht das Rad erst einmal neu zu erfinden. Wer bestehendes Wissen zum Vorteil nutzt, es erweitert, der wird seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und kostbare Zeit gewinnen. Der PPM-Assistent. Die neue Dimension der professionellen Altenpflege. Über 800 Arbeitshilfen, Vorlagen und Softwareprogramme erleichtern Ihren Alltag. Muster, Texte und Verträge, Checklisten und Formulare, Verfahrensanweisungen, Leitlinien, Software und Auswertungsprogramme zum Qualitäts- und Pflegemanagement. Alles zum Sofort-Download. Einfach und komfortabel in der Bedienung, aktuell und ständig verfügbar. Sparen Sie wertvolle Zeit. Wir konzipieren, Sie profitieren. Nutzen Sie vorhandenes und bewährtes Wissen des Experten-Teams. Sie bestimmen, was Sie benötigen und kaufen. Nur ein oder zwei Euro pro Formular-Download. Testen Sie es aus. Jetzt anmelden.